Halli, hallo, hallöle aus Bielefeld! Nehmen wir stehen! Nora, an Christine. Und ihr dürft jetzt jemanden grüßen. Ähm, ich grüße meine Mitbewohner. Mitbewohner, okay. Ich grüße alle aus Bielefeld, die wir am Wochenende besuchen. Ja, das sind ja bestimmt 1000 Leute, oder? Ja. Bielefeld ist richtig groß und du bist? Inga. Inga? Ich grüße alle, die mit lieben haben. Oh, ich gehöre schon dazu, auf jeden Fall. Dann hast du mich auch gegrüßt. Und wir sagen gemeinsam ganz liebe Grüße aus... Bielefeld! Bielefeld, 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 Bielefeld rockt neben mir stehen! Wie heißt du? Bielefeld, Charme, Jasmin, Jen. Und, äh, und du? Bielefeld. Okay, wen möchtest du grüßen? Ich begrüße meine Familie. Okay, und wen möchtest du grüßen? Meine Familie. Meine Familie. Laura, meine Familie. Das ist der Familiengruß beim Familienduell. Nein, Quatsch, beim Musikduell von Mobilkom, Dividuell. Wen wollt ihr grüßen? Wir grüßen Ralf von Bielefeld, unsere Arbeitskollegen. Gleich da hinten, glaube ich. Ja. Okay, und wen willst du grüßen? Ich grüße meine Gegner, weil die das toll waren. Ja, die waren echt süß. Alle zusammen. Ich liebe meine Arbeit. Hallo, von Bielefeld, das ist Rob. Und ihr wisst, warum ich Englisch spreche? Weil Bielefeld ist international. Nähe zu mir, das ist die gorge. Und ihr wisst, warum siehst du grüßen? Leil. Und wer bist du grüßen? Leil. Und wer bist du grüßen? Leil. Und wer bist du grüßen? Leil. Hi. Mein Name ist Tina. Ich bin aus Belarus. Wie ist es in White Russia? Ja, es ist White Russia, wie du wünschst, manchmal. Und wer willst du grüßen grüßen? Ja, zu meinem lieben Land und meinen Freunden aus Belarus. Es geht los, sind wir bereit? Ja. Machen wir es weiterhin. Okay, ich tanze meinen Namen. Ja! Das war der erste Buchstabe. Nochmal. N, N, R. Ein R. Gib mir ein R. Der zweite Buchstabe. Robert, du weißt Robert. Das war ein O. Das ist Bielefeld. Und neben mir steht Marvin. Wen möchtest du grüßen? Meine Mutter. Ohne sie hätte ich das hier alles nicht geschafft. Und du? Ich heiße Zian. Ich grüße die ganze Welt. Herzlichen Glückwunsch. Und wer seid ihr? Ich bin Dani. Ich grüße Sina. Ich bin Jarvis und ich grüße Bely. Alles klar. Und gemeinsam sagen wir ganz liebe Grüße aus Bielefeld. Bielefeld. Rock. Ihr schaut mal alle kurz in die Kamera und sagt, hurra, Mobil, kommt ihr bitte. Hurra. Alle Netze, alle Handys, alle Tarife gibt es bei Mobil.com David Hill. www.mg.de Wir sind ein ganz lustiger Verein. Schaut mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020